Achtung, dieses Format soll nur zu Unterhaltungszwecken dienen und nicht zum Nachhelfern anregen. Alkohol ist eher so semi-geil und macht auch aus der vernünftigsten Person einen ziemlichen Lutscher. Außerdem leiht man sich damit nur Spaß vom nächsten Tag und das ist maximal Unehre. Euer Smektakulär Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin überhaupt nicht gut und so weit, deswegen spiele ich niemals Suchen und Zerstören. Oh warte mal, für Telk und Janis Team Beschuss aktiviert. Ja, hab ich kein Problem mit. Kannst du mal haben. Ja, ich töte Telk so oft wie ich kann. Oh, Chip mit der auch. Da fangen wir an, Josh. I wish you the best of luck, but I'm not the best companion for the Chip. Ich bin nicht gut bei so weit. Wollen wir uns auf eine Richtung von Waffen einigen oder einfach so wie jeder Bock hat? Also Jonas ist ein Schrotflinten-Mongo, aber ist okay. Also keine Schrot- und keine Raketenwerfer. Ja, keine Raketenwerfer, genau, keine Schrotflinte, haben wir jetzt alle schon gesagt. Keine Stummewehre, keine Munition. Und kein Einsamtschild. Am besten einfach nur gut aufeinander einreden. Janis, Alter, die Fresse. Alter, mal ohne Witz, mein Energy ist fast leer. Telke? Ja, Sena. Bist du eigentlich auch so ein Standard-Mongo oder säg alle gerade zu 8 hier? Was? Also bei den Leuten, die hier gerade langlaufen mit der Waffe und so. Bist du so ein Standard-Typ oder bist du ein anderer? Ich weiß nicht, was du mit dem Standard-Typ bist. Operator! Achso. Ich muss nur wissen, wer du bist, weil das ist entscheidend für Teamplay. Ich bin ein Vibe. Ach, wie immer. Alles klar, du bist der Standard-Typ. Danke dafür. Ich brauche einen Schluck Bier. Ich bin durch, Junge. Ich bin auch durch. Ja, Janis, das kriege ich mit. Ohne Witz verwendet, die Scheiße läuft, läuft Janis nicht mehr. Geht los, Alter. Nee, 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 nee. Och, Alter. Ja, Digga, ich muss mich hier vorbereiten. Ich meine, wenn ich Janis haben und der zu mir schon sagt, Digga, ist nicht so mein Modus, na dann... Ja, denn... Ey, Telke, du wolltest gerade mit mir zusammen Modus spielen. Jetzt machen wir die Leute. Ja, ich hab's mir klassen können. Telke ist zwar eine Ölle... Äh, im Fall, warte mal zwei. Ja, ne Sip, was du brauchst, quasi. Und wenn du zwei brauchst, machst du zwei. Wenn dir eine reicht, hast du eine. Geht schnell, warte mal kurz. Willst du wirklich Shipman spielen? Als erste Runde Shipman, ja. Bin ready. Josh, bist du fertig? Den Kater. Oh, ich bin fertig. War's ja nur Start hier. Ja, aber er ist ja auch nüchtern, das ist ja fies. Das stimmt. Schnauze. Halt mal kurz dein Roll. So, ich... So, ich... So, ich... Heute ist es eigentlich mit deinem Bruder. Ja, der muss das Spielgarten nochmal runterladen. Der ist ja nicht nüchtern genug dafür, oder? Ich bin raus, weil ich bin betrunken. Ich wollte gar nicht sagen, was möchtest du mir sagen, Jannis? Jannis, äh, Jannis, darauf sag ich nur, äh, Skoll. Ja, äh, Skoll, Prost, ja. Alter, ohne Witz, war. Vikings gehen, er möchte dich auf den Zünder. Ja, Alter, ohne Witz. Ich fuck das mega ab, dass Dix da weg ist. Ja, aber man muss sagen, das mit Dix, das war schon Feuer, Klan. Bei Dix hat das, das ist die Entscheidung von Dix alleine gewesen. Lass mich doch Dix sacken. Nee, ja. Wo ist das Problem? Ihr könnt auch mitmachen. Ich lass dir den Salami sacken, Alter. Geht los? Ja, und los geht's, Mädels. Los, gib alles, Alter, ich bin so besoffen, der muss scheiße laufen. Ich muss mir erst mal ein Bier knacken. Ich bin schon beim Bier und bei einer zweiten Mischung. Ich habe nichts zum Mischung, jetzt halt die Fresse. Jonas, ich hab noch zwei Energy, kannst du abholen, komm. Hab so ein bisschen Kopfhauer. Ich bin tot, sag ja. Warte, warte, weiter? Ich hab's doch gesagt, jeder hat zwei Abschüsse. Ich bin so hart angespannt, dass ich besoffen bin. Ich bin gerade gespawnt. Da war das ganze Gegner-Team. Alter, wer war denn das jetzt? Hallo. Ich hab, oh, fickt euch, nächste Runde, Only Wurfmesser. Mann. Only Wurfmesser. Oh, fickt doch mein Leben, Alla. Ich hab so Herzrhythmusstörungen, die ist der beste Abschüsse. Ich hab so Herzwurst. Ich hab so Herzwurst. Nein, Alla. Ich war hinter dir, von hier, überall. Wer hat denn diese goldene Scheiße, oder? I have the high ground. Kann ja nicht sein. Oh, lass mal kurz löppen, den Lachs. Wir löppen den richtig, den Lachs, Alter. Telke, lass mal den Lachs. Jetzt muss er entschärfen. Telke, lass mal den Lachs löppen. Wir löppen den richtig, Alter. Okay, Josch, lass mal ein bisschen fühlen. Team Besowski. Telke, lass mal fühlen. Telke, bewegt dich. Josch, lebst du noch? Jawoll. Ere. Ere. Ere, Bruder. Ere. Unehre euch beide lebenshegig. Eie. Wat? Janis, Alter, was ist denn los mit dir? Wir sind beide angetrunken. Betrunken sind wir nicht. Noch nicht. Ich bin betrunken. Ich bin ehrlich. Bullshit. Ja. Lass mal löppen. Wir löppen jetzt richtig, Alter. Josch, guck mich an, Josch, guck mich an. Lass uns küssen. Ey, warte mal, wir wohnen auf einer Ecke. Wir könnten uns küssen. Oh, wer hat mich da gekehlt, Alter? Oh, lass mal den Lachs löppen, Alter. Take it. Oh, yeah, buddy. Oh, yeah. Josch, wir müssen jetzt hören, sonst haben wir verloren. Take it, wir löppen den Lachs. Wir löppen ihn jetzt richtig. Oh, wir löppen ihn, Alter. Lappi, Lappi, Lappi. Lass mal den Lappi, Lappi. Welcher Wichser war das? Ja, ich bin besoffen. Der Cheap dabei war, Alter. Scheiße. Scheiße, Alter. Da liegt ja noch einer. Da löppt der Lachs. Wer hat denn die erkauft, Gold? Ecke, 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 Ecke. Ecke, du hast die erkauft, Gold? Na klar. Und die Diegel hoch, Alter. Da muss ich mal löppen den Lachs. Da löppen wir richtig, Alter. Da löpp ich rund. Scheiße. Warte. Josch, das war nicht so in so Runde. Lass mal den Lachs löppen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin da, ich bin da. 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 Vielen Dank.